Hallo? Steck ne Banane in dein Ohr Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals glücklich so, probier's mal mit Humor Da aktuell die Fussball-WM stattfindet Hab ich mir gedacht, ich pass mal meinen Slidrio-Namen Der Fussball-WM an Ah! AHHHHH So, wie ihr unschwer erkennen könnt, spielen wir gerade Slidrio und das Ziel ist zu gewinnen Ja, 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 ich bin gierig, ich bin gierig, oh, oh Oh, ich hab nichts getan und hab so viel abbekommen Lecker! Platz 100, oh yeah baby Ja, ich mach nichts und krieg ganz viel vom Kuchen ab NAAAA Den da, den gelben, den will ich Dich krieg ich Ja, ich hab den gelben Ich mit mir Ja, du Idiot Ich geh mal Richtung Mitte, he? AHHHHH Ja, ja Alter Ich tu nichts NAAAAH Okay Ein, let's do's mal AHHHHH 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 Noch EINMAL Noch EINMAL MMM NOCH EINMAL MMMMMM Mi, 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 ja, die Punkte schmecken richtig sche... Ich fing... fieran es einfach sagen Scheiße Er bellt ein Blürup EAAAAAAAAHHHHichte Genug geheult Genug geheult